Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören eine Auswahl aus dem April-Heft der Röfo. Der erste Beitrag stammt aus der Rubrik Brennpunkt. Prognoseabschätzung mit der dynamischen MRT nach Chemotherapie. Eine Studie zu Mammakarzinom aus Radiology im September 2013. Laut verschiedenen Studien sollen eine Volumenabnahme und die Kontrastmitteldynamik nach neoadjuvanter Chemotherapie mit dem rezidivfreien und Gesamtüberleben von Mammakarzinomen assoziiert sein. Eine koreanische Arbeitsgruppe nutzte nun ein Computerprogramm für die Auswertung der MRT und bestätigte die Ergebnisse. Für die Prognose neoadjuvant behandelter Mammakarzinome sind die verbleibende Tumorlast und das molekularbiologische Profil entscheidend. Diese soll die Kontrast-MRT mit dem Tumorvolumen und der Auswaschkinetik widerspiegeln. Die Autoren untersuchten retrospektiv die Scans und klinischen Daten von 187 Patientinnen mit einem Durchschnittsalter von 46,6 Jahren. 73,3% waren prämenopausal und 91,4% hatten palpable axilläre Lymphknoten. In allen Fällen erfolgte wegen eines invasiven Mammakarzinoms präoperativ eine überwiegend anthrazyklinhaltige neoadjuvante Chemotherapie. Durchschnittlich wurden sechs Kurse verabreicht. 38 Rückfälle traten auf und 12 Patientinnen starben. Das mittlere rezidivfreie Überleben betrug 46,3 Monate und das Gesamtüberleben 52,3 Monate. Der Vergleich der MRT vor und nach der Chemotherapie ergab in univariate Analyse zahlreiche klinische Faktoren, die mit häufigeren Rückfällen und einem kürzeren Überleben assoziiert waren. Diese waren ein geringer Differenzierungsgrad, klinisch kein Ansprechen auf die Therapie, histopathologisch keine komplette Remission, ein fortgeschrittenes Primärtumorstadium sowie die Peri- und Postmenopause. Ungünstige MRT-Parameter waren ein großes initiales Tumorvolumen, eine kleinere Abnahme von Volumen und Durchmesser nach der neoadjuvanten Behandlung und eine geringe Abnahme der Auswaschkomponente. Die Reduktion des Tumordurchmessers und eine histopathologisch komplette Remission waren in multivariater Analyse nicht signifikant mit dem rezidivfreien und Gesamtüberleben assoziiert. Bedeutsam für ein kürzeres Überleben blieb ein klinischer Non-Responder-Status. Eine geringe Volumenabnahme des Tumors erhöhte die Wahrscheinlichkeit für ein Rezidiv und für eine kürzere Überlebenszeit. Eine verminderte Abnahme der Kontrastmittelauswaschung war ebenfalls mit beiden Prognosekriterien verknüpft. Der beste Cut-off für die Prognoseabschätzung lag für die Volumenabnahme bei 85,6% und für die Auswaschkomponente bei 71,4% für rückfallfreies Überleben und 91,3% für Gesamtüberleben. In einer Stichprobenwiederholung nach der Bootstrap-Methode ergab sich ein niedrigerer Cut-off für die Assoziation Auswaschung-Reduktion Gesamtüberleben. Auch bei einer Reduktion um höchstens 67,3% war die Überlebenswahrscheinlichkeit geringer. Fazit Bei der Auswertung mit dem Computerprogramm waren eine geringe Volumenabnahme und die Reduktion der Kontrastmittelauswaschung mit dem Verlauf der neoadjuvanttherapierten Mammakazinome assoziiert. Sie waren nach Meinung der Autoren unabhängige Prognosekriterien für das Rezidivfreie und das Gesamtüberleben. Sie hören nun aus der Rubrik Übersicht, den Rufo-Podcast. Beschichtete Ballonkatheter zur Restenose-Prophylaxe Bruno Scheller und Kollegen geben eine Übersicht über unterschiedliche Konzepte, Ansätze und klinische Ergebnisse von beschichteten Ballonkathetern zur Restenose-Prophylaxe. Während der letzten Jahrzehnte sind die percutane transluminale Angioplastie, die percutane transluminale koronare Angioplastie und verwandte Methoden wie die Arta-Ektomie zum Therapiestandard von verengten oder verstopften Arterien geworden. Die Stent-Implantation dient als schnelle Hilfe. Diese Methoden liefern hohe Erfolgsraten und meist sofortige Symptombefreiung. Exzessive Bildung von neointimer Gewebe, das sich durch die Gefäßverletzung als Gefäßstenose bildet, ist weiterhin ein großes Problem. In Corona-Arterien könnte das Auftreten von Restenosen signifikant reduziert werden durch die Implantation von Arzneimittelfreisetzenden Stents, die eine neointimer Proliferation unterdrücken. Studien haben gezeigt, dass Parclitaxel kombiniert mit einem auf der Ballonoberfläche aufgebrachten geeigneten Arzneistoff sehr wirkungsvoll die Bildung von neointimer Gewebe an koronaren und peripheren Arterien trotz der kurzen Kontaktzeit hemmt. Arzneimittelbeschichtete Ballons bewirken eine hohe lokale Arzneistoffkonzentration bei minimalen oder fehlenden systemischen Nebenwirkungen. Durch die Einführung der Arzneimittel freisetzenden Stents war ihre Entwicklung einerseits verzögert, andererseits befördert. Verzögert, weil die lange zeitanhaltende Freisetzung von einer Stentplattform als essentiell angesehen wurde und erleichtert, weil die bereits existierende Erfahrung mit den Stents bei der Wahl der Prüfmethoden und Arzneistoffe eine Hilfe war. Derzeit sind mehrere unterschiedliche Arzneimittelbeschichtete Ballonkatheter verfügbar, die grundsätzlich eine Schicht mit ca. 3 µg pro Quadratmillimeter Parclitaxel auf der Ballonoberfläche tragen, sowie unterschiedliche Zusätze, die die Haftung und Freisetzung des Wirkstoffs beeinflussen, beispielsweise ein Kontrastmittel, Harnstoff oder verschiedene amphiphile Substanzen. Der Arzneistoff wird während einer einzelnen Inflation von 30 bis 60 Sekunden weitgehend vollständig freigesetzt. Tierexperimentelle Untersuchungen und mehrere unabhängige randomisierte klinische Studien an koronaren und peripheren Arterien zeigen eine wirksame Verminderung der neointimer Proliferation, Restenose und Revaskularisierung, ein Effekt, der für mindestens zwei nach einer Studie an Koronarien auch fünf Jahre anhält. Die Einsatzgebiete der Arzneimittelbeschichteten Ballone sind vor allem die Koronare Instant Restenose sowie die novo- und restenotische Läsionen in peripheren Arterien. In klinischen Prüfungen wurden keine der Beschichtung zuzuordnenden unerwünschten Ereignisse registriert. Die anhaltende Wirkung kann durch die lange Verweilzeit von Parklitaxel im Gewebe erklärt werden oder durch die Hemmung eines essentiellen ersten Schrittes in einer Kette von Ereignissen, die zur neointimer Proliferation führen. Fazit Arzneimittelbeschichtete Ballonkatheter können an koronaren und peripheren Arterien eine wirksame Verminderung der neointimer Proliferation, Restenose und Revaskularisierung bewirken. Sie hören nun aus der Rubrik Abdomen, den Röfo-Podcast. Rezidivdiagnostik nach zytoreduktiver Chirurgie und hyperthermer intraperitonealer Chemotherapie bei Peritonealkarzinose mittels 18F-Fluordesoxyglucose-PET-CT. Bernhard Klump und Kollegen untersuchten in ihrer Studie den diagnostischen Wert der 18F-Fluordesoxyglucose-PET-CT, kurz 18F-FDG-PET-CT, bei Patienten mit Rezidiv einer Peritonealkarzinose nach einer hyperthermen intraperitonealen Chemotherapie. Für Patienten mit Peritonealkarzinose stehen die Prognosen meist schlecht. Neueste Entwicklungen in der Patientenbehandlung schließen als kurativen Ansatz die totale Peritonektomie sowie die multiviszerale Resektion des gesamten beteiligten Gewebes kombiniert mit hyperthermischer intraperitonealer Chemotherapie ein. Die posttherapeutischen Veränderungen stellen eine Herausforderung für die Bildgebung von Peritonealkarzinosenrezidiven dar. Die zytoreduktive Operation kombiniert mit einer hyperthermen intraperitonealen Chemotherapie mit kurativer Zielsetzung bei Peritonealkarzinose findet zunehmend Verbreitung. Nach einer hyperthermen intraperitonealen Chemotherapie besteht in der Nachsorge die Herausforderung in der Differenzierung zwischen therapieassoziierten Veränderungen und einem Rezidiv. Aus diesem Grund untersuchten die Autoren in ihrer Studie den diagnostischen Wert der 18F-FDG-PET-CT. Dazu wurden 36 Patienten mit einem Rezidiv nach hyperthermer intraperitonealer Chemotherapie an einem Ganzkörper-PET-CT-System untersucht. Es erfolgten 44 Untersuchungen. Die Untersuchung bestand aus einem 3D-18F-FDG-PET-CT und einem Kontrast angehobenen CT. Die Beurteilung erfolgte durch zwei erfahrene Auswerter bezüglich Vorhandensein und Ausmaß der Peritonealkarzinose, basierend auf dem Peritonealkarzinose-Index. Die Ergebnisse wurden mit dem intraoperativen Befund oder dem Verlauf korreliert. Bei den Ergebnissen ergab sich bei 40 von 44 Untersuchungen der Verdacht auf ein Rezidiv. Bei vier Patienten wurde das Rezidiv mittels 18F-Fluordesoxyglucose-PET-CT nicht entdeckt. Bei acht Patienten das Ausmaß erheblich unterschätzt. Die diagnostische Genauigkeit für den Nachweis der Peritonealkarzinose betrug patientenbasiert 91%. Die Sensitivität ebenfalls 91% und der positive Vorhersagewert 100%. Das Ausmaß der Peritonealkarzinose wurde mittels PET-CT und noch stärker im CT unterschätzt. Fazit. Die diagnostische Wertigkeit der 18F-Fluordesoxyglucose-PET-CT nach zytoreduktiver Chirurgie und hyperthermer intraperitonealer Chemotherapie zum Nachweis eines Peritonealkarzinosenrezidivs ist gegenüber dem Kontrastangehobenen CT überlegen. Jedoch ist die Quantifizierung der Tumorausdehnung aufgrund postherapeutischer Veränderungen begrenzt. Das Ausmaß von Peritonealkarzinosenrezidiven nach hyperthermer intraperitonealer Chemotherapie wird mittels 18F-Fluordesoxyglucose-PET-CT systematisch unterschätzt. Im Vergleich zur Kontrastangehobenen CT weist sie eine verbesserte Sensitivität für Rezidivmanifestationen einer Peritonealkarzinose auf.